Noch dieses Video hier, mein Bruder. Oh Mann. Da ist dieses eine Iglo, dieser verdammten Jäger. Die mir die ganze Zeit nichts als Probleme gemacht haben. Hey, was macht ihr da? Nein. Hm, 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 hm. Äh, wo? Ich erinnere mich zwar noch an Nordberg, aber ich sehe es nicht. Wo ist Nordberg? Oder sind das hier die Ruinen von Nordberg? Glaube ich nicht, ich glaube, das ist noch ganz. Hm. Nordberg, viele Erinnerungen sind dort. Fast nur schlechter, aber dann gab es ja noch Kälter, das Mädchen, das mir geholfen hat. Ohne sie... ...wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht der Overlord. Naja. Ich zeige euch jetzt noch einen neuen Gegnertyp, der Jäger. Dort vorne dieses komische Ding, ja. Und dann höre ich auf. Äh, ja, das war's dann. Bis nächste Woche.